Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Es passiert so viel zur Zeit, nicht nur zur Zeit, sondern schon seit Jahrtausenden, hier auf dieser Erde. Und ganz viele Menschen haben Angst, ganz viele Menschen sind in der Negativität. Auch sehr, sehr viele Menschen finden es auch sehr ungerecht, was hier gerade passiert. Ich habe mich dieser Tage nochmal mit jemandem unterhalten, vom afrikanischen Kontinent. Auch da passieren ganz eigenartige, ganz schlimme Dinge, auch sehr ungerechte Dinge. Ganz viele von uns empfinden das, was gerade in ihrem Leben passiert, als super, super ungerecht, als super negativ. Und daraus entstehen ganz, ganz viele Emotionen. Es ist nicht unsere Seele, es sind unsere Emotionen. Aber wie kann das sein? Nun, wir gehen hier auf diesem Kanal immer mehr in die Tiefe. Immer mehr in die Tiefe des Wissens, des Universums und immer mehr in die Tiefe des Wissens des Schöpfers. Wie kann ich wissen, dass das Wissen ist und keine Annahme? Nun, weil es sich richtig anfühlt, weil es Sinn macht. Wenn ich zurückgehe, wenn ich mir auch die alten, die ältesten Schriften nehme, wenn ich mir alles anschaue, was wir Menschen aufgeschrieben haben. Und im Laufe der Jahrhunderte haben wir das auch mit Hilfe von Religionen immer weiter und immer anders interpretiert. Und daraus entsteht auch tatsächlich dann eine Unzufriedenheit und auch eine Abhängigkeit. Eine Abhängigkeit. Wir sind gerade in einer Zeit, in der wir gemeinsam die Chance haben, nicht alleine, sondern nur gemeinsam die Chance haben, auf ein sehr, sehr hohes Bewusstseinsniveau zu kommen und womöglich auch die Chance haben, zum ersten Mal gemeinsam daran zu arbeiten, ja, dass wir diese Gewalt, diese Auseinandersetzungen und diese Negativität und damit auch der Schmerz, den Schmerz, den wir haben, den viele von uns haben, den jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben hat, Schmerz und Trauer und auch all diese negativen Gefühle zu beenden. Aber wie kann das sein? Denn ich habe gerade das Gefühl, dass genau das Gegenteil passiert. Nun, wir sind Seelen hier auf dieser Erde, ja, in einem menschlichen Körper, die ihre Aufgaben, an ihren Aufgaben zu arbeiten haben. Und es gibt aber auch, es gibt Kräfte, es gibt Kräfte, die damit nichts zu tun haben. Sie sind da. Ich will aber auch gar nicht weiter darauf eingehen. Es gibt eine negative Seite, die versucht, die Menschen in dieses Gefängnis der Abhängigkeiten der Emotionen und auch der Abhängigkeiten der materiellen Dinge zu halten. Es gibt auch die sogenannten falschen Propheten. Falsche Propheten, die uns etwas versprechen, von dem wir uns erhoffen, dass es uns gut tut, dass es uns hilft, dass es uns weiterbringt, dass es uns Glück bringt, was aber eigentlich genau das Gegenteil ist. Nämlich es macht uns mehr abhängig, es hält uns mehr in dieses irdische Gefängnis, es hält uns mehr in den Materiellen. Und das ist tatsächlich schon seit Jahrtausenden von Jahren im Gange. Wir haben immer wieder wechselnde Regierungen, immer wieder wechselnde Regierungsleiter. Und einige sagen, zurzeit haben wir die Schlimmsten, die wir je hatten. Ich würde das gar nicht mal so ausdrücken, ja. Und eigentlich ist es auch vollkommen egal. Die Lösung kann niemals von irgendeinem Politiker kommen oder von irgendeiner politischen Partei. Es kann nur ein ganz kleiner Aspekt sein. Und wir sehen es ja auch. Dann ist die Partei an der Macht und dann das genaue Gegenteil. Und letztendlich spielt es keine Rolle, wer das ist. Denn sie machen gefühlt alle das Gleiche. Und gefühlt tut es dem Bürger meistens gar nicht gut. In der Politik, in dem Regierungsspiel, ich nenne es mal ein Spiel, geht es immer um Macht. Geht es immer um Macht und um Einfluss. Und ganz oft auch um Macht und auch um Einfluss von Kräften, die wir gar nicht sehen. Von denen wir uns vielleicht nicht einmal vorstellen können, dass es sie gibt. Dass sie da sind. Die wir womöglich noch nie gesehen haben. Die meisten von uns sind jetzt in einer Situation, in der sie spüren, ganz viele von uns spüren das. Da stimmt was nicht. Da ist etwas Eigenartiges im Gange. Da ist etwas los. Das ist alles. Es macht keinen Sinn. Da muss was anderes sein. Glaubt mir. Natürlich ist da etwas anderes. Etwas, was wir nicht sehen. Und ja, es sind auch ganz viele da. Ganz viele aus Sicht der 8 Milliarden Seelen. Aus Sicht der 8 Milliarden Menschen. Aber aus Sicht der 8 Milliarden Menschen. Aus Sicht der Gruppe sind es nur wenige, die genau wissen, was los ist. Und die auch Wissen haben, welches wir nicht haben. Wozu wir womöglich nicht einmal Zugang haben. Wozu wir nicht einmal Zugang haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht, ist aber schwer vorstellbar. Ist aber so. Die haben Wissen, zu welchem wir keinen Zugang haben und auch keinen Zugang haben sollen. Einige wenige kommen ein bisschen in diesen Tunnel rein und kriegen einen Hauch, eine Vorstellung von dem, was da ist. Was auch mit Bewusstsein zu tun hat. Und vielleicht auch mit Spiritualität. Mit Sicherheit auch mit Spiritualität. Denn wenn ich mich dafür interessiere und damit beschäftige, was noch da ist, dann habe ich natürlich immer einen Wissensvorsprung vor denjenigen, die sich gar nicht drum kümmern und der Meinung sind, dass wenn sie jeden Abend ihre Nachrichten schauen, dass sie dann wissen, was los ist. Das ist genau nicht der Fall. Denn es ist ein gigantisches Ablenkungsmanöver. Und es gibt auch auf der Regierungsebene und auch auf der allerhöchsten Regierungsebene Menschen, Seelen in Machtpositionen, die nicht wissen, was los ist. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Variationen. Aber sie werden geködert und es wird ihnen versprochen. Es wird ihnen Macht und Einfluss versprochen. Und einige, ja, einige sind dafür bereit, alles zu tun. Und wenn ich einmal drin bin, wenn ich drin bin in dieser Organisation, nennen wir es mal eine Organisation, wenn ich mitmache in diesem Film, dann ist es unglaublich schwer, wieder auszusteigen. Ich habe das schon oft erzählt. Wenn ich Mitglied bin in einer Organisation und ich will irgendwann nicht mehr mitmachen. Ihr kennt das auch in jedem Spiel. Ich mache mir nicht mehr mit. Es geht mir zu weit. Stellt euch mal vor, ihr habt gemeinsam einen Coop geplant. Ja? Auch in Filme manchmal. Ihr habt was geplant. Und dann sagt einer, nein, ich steige aus. Das hier ist mir zu heiß. Das tue ich meiner Seele nicht an. Das tue ich meiner Seele nicht an. Aussteigen ist nicht erlaubt. Nicht, wenn ich eine ganz gewisse Ebene erreicht habe. Dann gibt es kein Aussteigen mehr. Dann gibt es nur noch ein Mitmachen. Und ich kann mir das selber gutheißen. Ich kann mir da selber was erzählen. Auch meiner Seele was erzählen. Aber Aussteigen funktioniert dann nicht mehr. Wir sind jetzt in dieser Phase. Und lasst euch nichts anderes einreden. Wir sind in dieser Phase, in der wir zum allerersten Mal, die Menschen jetzt auf dieser Erde, Nicht zum allerersten Mal. Das ist nicht ganz richtig. Es gab schon mehrere Situationen. Aber zum allerersten Mal so stark, so stark auch spüren wir es. Ganz viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ganz viele Menschen, die sich auch mit der, ja, mit der Seele, mit diesem Thema Seele beschäftigen, spüren, dass hier etwas stattfindet. Etwas ganz, ganz, ganz Großes. Und ich habe ja schon oft erzählt, über die sogenannte Endzeit. Das meine ich positiv. Das meine ich nicht negativ. Und einige Zuschauer haben immer noch auch Angst. Angst vor dem Unbekannten. Auch ich habe dieses Gefühl der Angst. Manchmal. Aber dann versuche ich, diese Verbindung wieder zu finden zum Schöpfer. Je stärker meine Verbindung zum Schöpfer ist, desto weniger habe ich Angst. Aber wir sind alle Menschen. Und natürlich kommen diese Gefühle. Und das Schlimmste ist, mir selber einzureden, zu sagen, ich habe diese Gefühle nicht. Lasst sie zu. Schaut sie ins Auge. Schaut dasjenige, was euch stört, ins Auge. und seid euch darüber bewusst, dass es ganz viele falsche Propheten auch gibt, die versuchen abzulenken und euch unten zu halten. Das hier ist eine ganz wunderbare Zeit. und es gibt immer mehr Menschen, denen das bewusst wird. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Das hier ist ein wunderschönen Tag. Und dann geht es um Schöpfer.